Herzlich Willkommen zum fünften Video zu den logischen Grundlagen. Heute schauen wir uns an, wie man die Implikation als Disjunktion darstellen kann. Die Implikation lässt sich als Disjunktion darstellen, indem man A impliziert B schreibt als Nicht-A oder B. Und das heißt, dass die Implikation A impliziert B genau dann gilt, wenn A nicht gilt oder B gilt. Und dabei ist oder das mathematische oder, also es kann auch beides gelten. Und den Beweis dafür werden wir wieder durch Wahrheitstafeln führen, wie auch schon beim anderen Satz für die Logik. Und das ist auch das übliche Vorgehen für die einfachen Sätze in der Logik. Schauen wir uns den Beweis für diese Aussage an. Es gibt vier Möglichkeiten für A und B, wie die jeweils wahr und falsch kombiniert sein können. Und wir gucken uns jetzt A impliziert B an. Das hatten wir schon in einem anderen Video gezeigt. Und zwar kommt daraus, wahr, falsch, wahr, wahr. Und es ist nur falsch, wenn A stimmt, aber B falsch ist. Weil wenn man aus etwas Wahrem etwas Falsches folgert, dann kann die Implikation nicht richtig sein. Und dann gucken wir uns nicht A an. Dafür gucken wir uns die Wahrheitswerte von A an. Die sind wahr, wahr, falsch, falsch. Die müssen wir einmal umdrehen. Dann kriegen wir also falsch, falsch, wahr, wahr. Und jetzt kann man schon einfach nicht A kombinieren mit B. Und zwar ist das ja dann durch ein Oder verknüpft. Das heißt also, wenn wir uns nicht A und B angucken, dann haben wir einmal wahr und einmal falsch. Das Oder ist, ist eins davon wahr, also stimmt es. Im nächsten Fall sind beide falsch, also ist auch das Oder falsch. Wenn beide wahr sind, weil es ist ja kein exklusives Oder, also es kann beides wahr sein, dann ist es auch wahr. Und in dem Fall ist nicht A wahr, da ist auch nicht A oder B wahr. Und wenn man jetzt die Implikationen A nach B betrachtet und man betrachtet nicht A oder B, dann sieht man, die haben genau die gleichen Wahrheitswerte und somit müssen die beiden Aussagen auch äquivalent sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet oder ein Like da lasst, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat und ihr disliket, schreibt mir bitte Verbesserungsvorschläge in die Kommentare und dann viel Spaß mit weiteren Videos und bis zum nächsten Video. Tschüss!